DUM 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 Ich liebe die Musik von diesem Spiel Ja, willkommen zurück zu KOM! Yeah! Wuhu! Ja, letztes Mal haben wir das Spiel begonnen Haben den ersten Abschnitt komplett gelöst Glaube ich, ich weiß es nicht Ähm Aber so ähnlich und wir haben, wow Und hier beginnt das Spiel blind zu werden Geil, oder? Ähm Und Ja Wie gesagt Äh, was muss ich denn jetzt machen? Ah, okay, okay, ich verstehe schon Ich verstehe schon Hui Okay, noch weiter Ne, aber irgendwie muss ich doch auch Puh, wie mache ich das jetzt? Ähm Irgendwie muss das Spiel ja weitergehen Ähm Hier nicht Hier glaube ich nicht Ich glaube, ich habe alles erledigt Und das einzige, was ich jetzt noch tun muss Ist hier irgendwie hochzukommen Irgendwie hochkommen Okay, ich kann springen Irgendwie Ich bin gerade gesprungen Und hui Ja, so kann ich springen Warum springt er auch manchmal doppelt? Ich verstehe es nicht Also nochmal Hüpf, hüpf Hm Wie machen wir das? So Ja, so klappt das Aber Weiter will ja auch nichts Weiter will ja auch nichts Hm Wie macht man das? Nee, so auch nicht Yay Echt so? Ah, okay Ähm, also ich habe jetzt An diesem Einpunkt da Anlauf genommen Scheiße So Also an dem hier Und Ähm Bin dann einfach hochgejumped So Na komm Na komm So Und jetzt Bitte nicht runterfallen Das wäre sehr freundlich Ja, und manchmal ist es auch ein bisschen Sehr klein Das muss ich wirklich sagen Ähm Hm Hm Ah, und jetzt Ah, okay Ich verstehe, wo wir sind Ich weiß, wo wir sind Wir sind jetzt wieder An der Oberfläche Sagen wir mal so So Hier Hier hatten wir alles Dann möchte ich mal So So Und Hier haben wir noch eine Metallplatte mit dem Tee Und wir haben 50% Ähm Aller Items gefunden Das finde ich sehr schön Ähm Dann Können wir jetzt aber Da wir ja einige Materialien jetzt hier gesammelt haben Können wir jetzt zum Beispiel Da Hier Was machen Aber das bringt uns Im Moment noch nicht wirklich viel Da wir noch nicht den Zweiten Das Zweite Power Up Dingens haben Also für diesen Für dieses Lila Zeug Deswegen Gehen wir erstmal Wieder Ganz gechillt Hier hoch Und gehen hier lang So Ähm Nein 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 Gehen wir hier lang Ganz einfach aus dem Grund Weil ich nicht weiß Wo ich ungefähr hin muss Deswegen Gucken wir einfach In jede Umgebung nach Ähm Und Hier Könnte Schon Das Rezels Lösung Sein Noch eine Metallplatte Alles Das Was ich schade finde Ist Man Sie Man Hat Irgendwie Kein Item Menü Wo ich Sehe Aha So Und so Viel Metallplatten Habe Ich Jetzt Schon Und So Viele Noch Nicht Ähm Das Hätte Vielleicht Noch eingebaut Werden Können Aber Wow Ich liebe Dieses Spiel So Diese Metallplatte Können wir uns Natürlich Auch Jetzt Ohne Probleme Holen Was wir Glaube ich Auch schon öfter Mal hatten So Jetzt sind wir Wieder Hier Da Möchte ich Aber Nicht Mal Lang Ich Möchte Yay Ich Möchte Hui Möte Möchte Noch nicht Escape machen. Ich hab Angst. Deswegen mach ich's noch nicht. So. Dann können wir uns das hier holen. Nehme ich das K. Hui. Also ich könnte, glaube ich, schon abhauen. Aber ich möchte noch nicht wirklich abhauen. Denn ich hab irgendwie Bock, noch ein bisschen weiter zu spielen. So. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ja. Ich sehe auf der Karte ungefähr, was es an diesen Orten gibt. Und da sehe ich ja, dass es hier unten ne pinkne Tür gibt. Und pinkne Tür bedeutet für mich, dass ich das hier aufmachen kann. Und dann bin ich hier unten. Und dann kann ich hier weitergehen. Und what the hell ist hier los? fuck. Oh Gott, nee. Das, ich glaub, das, das kann ich auch nicht machen. Ich denke nicht, dass ich das schon machen kann. Da brauch ich bestimmt noch irgendwas anderes. Ich, ähm, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich brauch irgendwie schon noch irgendwie ein Speed Up oder sowas. Weil ansonsten ist das da, glaube ich, ein bisschen unmöglich. Aber wir haben ja noch ein paar andere Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Zum Beispiel könnten wir ja jetzt hier hoch und so, so, so und so und so und so und so und so. Ups. Und dann müsste eigentlich war ich hier noch so ein Teil. Weil ansonsten bringt mir ja dieses Ding hier eigentlich überhaupt gar nichts. Eigentlich bringt mir das ja gar nichts, wenn hier nichts ist. Okay. Dann mach ich das ja ganz einfach hier. So. Ähm. Oh fuck. Ich bin so dumm. So. Und ja, gehen wir hier lang. Oder gehen wir hier lang? Ach komm, wir gehen hier lang. Ui. Yay. Und hier lang. So. Dann können wir nämlich hier auch runter. Wow. Und können hier wahrscheinlich noch einige Sachen tun. Ähm. Möchte gerne wissen. Oh geil. Jetzt nur noch mit zwei Schlägen. Wumms. Wumms. So. Dann müsste es hier nämlich noch ein paar Teile geben. die ich mit dem roten Ding aufmachen könnte. Hier. Hier. Komme ich da schon hoch? Das wäre sehr genial, wenn ich da schon hochkommen könnte. könnte. Ja. Ich. Ja. Ich. könnte da eigentlich schon hoch. Ne. Na. Ein i. Supi. Supi. Ein i. hier gibt es nichts mehr. Ne. Ne. Und. Bum. 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 Ach, jetzt mal wieder hier. Okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen falsch hier. Und ich glaube, diese gelben Dinger kann ich dann auch irgendwann noch kaputt schießen. So. Too late. Steht da. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ups. It's too late. Ich weiß nicht, für was es zu spät ist. Aber ich hoffe mal, nicht für mich. Denn ich weiß nicht so wirklich, wo ich hin muss. Vielleicht muss ich wirklich abhauen. Das wäre aber natürlich irgendwie ein bisschen doof. Das wäre irgendwie ein bisschen blöde. Was? What the hell? Mio. Und. Mio. Hüpp, hüpp. Fuck. Okay. Dann gehe ich halt den obligatorischen Weg, den wir gehen sollten. Und werde sterben. Supi. Und nachdem die erste Folge mit 20 Minuten etwas zu lang war, eigentlich, werde ich jetzt nicht nach 10 Minuten aufhören. Nein, das war ja jetzt schon eh zu spät. Aber bei 15 Minuten ungefähr wird es dann ein Ende erstmal haben wie der und ich glaube, ich muss wirklich abhauen. Weil, was sollte ich denn sonst jetzt hier noch machen? Es gibt hier nichts mehr. Und irgendwie muss ich das jetzt hier machen. Fuck. Scheiße. Hüpp. Hüpp. Okay. 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 Mano. Und so. So. Wartet mal. Ach, wie mein Spielstand verfälscht wird, wenn ich hier abgelenkt werde. Hüpp. Hüpp. Mann, no. Das ist doof. Ja, jetzt sind wir nämlich schon bei einer halben Stunde. Obwohl wir noch gar nicht so lange... Doch, wir haben... Aber eigentlich so lange aufgenommen. Okay, naja, egal. Ähm. So. Ja, ich weiß wirklich jetzt nicht, was ich tun soll. Also, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Einmal da linkslang. Und, ähm. Da aufmucken. Oder einfach abhauen. Obwohl ich wirklich liebend gerne da unten lang gehen würde. Aber ich komme da noch nicht lang. Wenn ich das mal so ganz spontan sagen würde. Also, nichts gegen das jetzt. Aber... Außer... Nein, das geht natürlich nicht. Ich dachte, ich könnte... Okay, aber das könnte klappen. Wenn ich mich beeile... Also, natürlich nicht. So. Also, auch nicht. So. Jetzt warte ich hier. Ist da irgendwas? Ne, da ist natürlich nichts. Warum ist dann... So. Hm. What the hell. Okay, aber hier scheint nicht richtig zu sein. Ähm. Und da ich habe euch hier noch nicht so viel zeigen möchte. Würde ich mal sagen. Ich mache hier eine Pause. Und sage, das war es erstmal für heute mit Calm. Und wir sind das nächste Mal wieder in dieser Höllen-Area-Kacke hier. Also, bis dann. Und tschö tschö. Autsch. Ja, bis dann. Bis dann.